Heute ist Sommerwetter angesagt, zumindest in den meisten Regionen von Deutschland. Das Sakko kann man dagegen gebrauchen im Norden des Landes. Mehr als 17 bis 20 oder 21 Grad wird es in Norddeutschland zwischen Nordsee- und Ostseeküste kaum geben. Aber im großen Rest des Landes kommt der Sommer so richtig voll auf Touren. Und das am 1. April-Wochenende. Wer hätte das gedacht? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Aber da kommen auch schon die ersten Fragen auf. Wenn es jetzt schon so warm wird, 25 bis knapp 30 Grad, was bedeutet das denn für den kommenden Sommer? Vor ein paar Wochen gab es ja mal die Schlagzeile. In diesem Jahr gibt es einen Höllensommer in Deutschland, in Europa. Ja, vielleicht wird es ja wirklich ein Höllensommer. Schauen wir uns hier mal an. Das hier ist die neueste CFS-Prognose in Sachen Sommer 2024. Und zwar sehen wir hier wieder die Temperaturabweichungen für die Monate Juni, Juli und August. Und recht flächendeckend sieht es in Deutschland eine Abweichung von 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 aus. Nur hier in Süddeutschland, da ist die Abweichung etwas geringer angesetzt. Hier maximal 0,5 bis 1 Grad über dem neuen Klimamittel drüber. Aber was heißt denn nun 1 bis 2 Grad wärmer als das Klimamittel? Viele sagen, naja, statt 25, 26, dann eben 27, 28 Grad als Höchsttemperatur. Naja, ganz so leicht ist es nicht. Dieses Mittel bezieht sich ja auf alle gemessenen Temperaturen. Vom 1. Juni bis zum 31. August, tags wie auch nachts und das gemittelt. Und da legen wir 1 bis 2 Grad oben drüber. Und das ist schon eine Menge Holz. Sollte es wirklich so ausgehen, dass der kommende Sommer 1 bis 2 Grad wärmer wird, als das neue Klimamittel der vergangenen 30 Jahre, was ohnehin schon ein warmes Klimamittel war, dann wären wir in diesem Sommer tatsächlich wieder im Bereich der Top 5 der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also zumindest ein recht warmer Sommer steht da drin in diesem Trend der CFS-Prognose. Der Reihe nach. Schauen wir uns mal die einzelnen Monate an. Der Juni. Der Juni wird flächendeckend mit 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel 1991 bis 2020 berechnet. Das nicht nur bei uns in Mitteleuropa, auch in Nordeuropa, in Westeuropa und teilweise auch hier in Osteuropa. Im Grunde gibt es nirgendwo Regionen, die mal etwas kühler berechnet werden als üblich. Ein Blick in den Juli hinein. Und da zumindest nicht überall in Deutschland diese 1 bis 2 Grad Abweichung. Hier im Osten maximal 0,5 bis 1 Grad. Also so dramatisch sieht das Ganze aktuell noch gar nicht aus. Trotzdem so 0,5 bis 1 oder 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel. Das würde schon ein paar warme, sehr warme oder auch heiße Tage im Juli bedeuten. Wie heiß es genau werden wird, ob es 35 Grad gibt, 40 Grad, das kann man anhand dieses Trends überhaupt nicht ablesen. Es ist einfach nur ein grober Trend. Da könnte die erste Woche eisig kalt ausfallen und dann könnten drei sehr warme Wochen folgen. Dann kämmt man auch auf dieses Mittel. Deswegen, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Es ist eben nur ein Mittel über den gesamten Monat. Und was könnte uns im August 2024 erwarten? Ja, da insgesamt recht flächendeckend eine Abweichung von maximal 0,5 bis 1 Grad über dem neuen Klimamittel. Also der August würde eher die geringste Abweichung vom Klimamittel hervorbringen. Noch ein Blick auf die Nierschläge ist ja auch sehr spannend. Gibt es einen sehr trockenen Sommer oder einen sehr nassen Sommer? Naja, ausgeglichen ist eher so das Stichwort. Die Farbe weiß dominiert, das heißt weder deutlich zu nass noch deutlich zu trocken. Ein ziemlich ausgeglichener Monat. Sommer steht uns da bevor. Aber auch da gilt, das wäre ja nur die Bilanz für den gesamten Sommer. Das schließt auch nicht aus, dass es ein paar Wochen lang mal starken Dauerregen gibt und dann wieder ein paar Wochen trockenes Wetter. Und am Ende wäre alles ausgeglichen. Dann hätte natürlich auch dieser Trend hier wieder voll ins Schwarze getroffen. Das nochmal so ein bisschen zum Hintergrundwissen für diese Trends. Es sind wirklich nur Klimatrends, keine klassischen Wettervorhersagen. Die sind nicht von mir, die sind erstellt worden von der NOAA, von deren CFS-Modell Climate Forecast System. Und ja, wir wissen, die sind nicht immer blendend und gerade beim Niederschlag liegen die oft auch ziemlich daneben. Kein Wunder, denn der Parameter-Niederschlag ist der am schwersten vorherzusagenste in der Meteorologie. Na, da geht es mit der Temperatur schon ein bisschen einfacher. Und Temperatur in diesem Sommer wärmer als üblich, ist auch keine so große Kunst. Denn die vergangenen Jahre haben uns ja gezeigt, die Sommer, die Winter, alles ist langsam aber sicher temperaturtechnisch weiter nach oben angestiegen. Apropos angestiegen, ansteigen werden auch heute die Temperaturen. Wir sehen hier aus Südwesteuropa, da strömen die warmen Luftmassen heute bis zu uns nach Deutschland. Der Ursprung ist hier in Nordafrika, deswegen ist da auch Sahara-Staub mit dabei. Und angetrieben wird das alles hier von diesem fetten Tief vor den britischen Inseln. Ja, und deswegen ist heute Sommerwetter angesagt. In meisten Landesteilen und nicht nur vereinzelt, wie einige behaupten haben in den Kommentaren, verbreitet gibt es 25 Grad und mehr. Das betrifft nicht nur einzelne Regionen. Nur hier im Norden bleibt es zum Teil deutlich kühler. Aber dieser kühle Abschnitt ist in der Minderheit. Die Mehrheit bekommt heute 25 Grad plus x bei uns ab. Dazu Sonnenschein. Zum Nachmittag gibt es ein paar Wolkenfelder. Auch im Norden ziehen Wolken vorüber. Aber hier bleibt es eben deutlich frischer. Spannend ist dann die Nacht zum Sonntag. Das wird eine richtig milde, beziehungsweise warme Nacht werden. Nachttemperaturen 15 bis 11 Grad. Ja, das könnte auch eine laue Juni- oder Juni-Nacht sein, die uns da erwarten. Normalerweise sind diese Werte 11 bis 15 Grad Tageshöchsttemperaturen für diesen aktuellen Monat. Und eben nicht die Nachttemperaturen im Norden sind vielleicht hier und da auch mal kurze Schauer mit dabei. Morgen dann insgesamt immer noch warm nach Osten und nach Süden. So 22 bis 25 Grad. Im Südosten 28, 29 Grad. Da kratzen wir hier nochmal an der 30-Grad-Marke. Im Norden bleibt es deutlich kühler. Und wir sehen auch, es sind deutlich mehr Wolken als heute unterwegs. Der Sahara-Staub, der forciert die Wolkenbildung. Aber es bleibt wahrscheinlich weitgehend trocken. Erst am Montag kommen dann aus Westen neue Schauer und Gewitter herangezogen. Nochmal 25 Grad plus X im Osten und hier im Süden und Südosten. Zum Teil nochmal an der Spitze 26 bis 28 Grad. Aber das war es dann gewesen. Dann kommen die Wolken, dann kommen die Regenschauer und so sieht es dann am Dienstag aus. Keine 25 Grad mehr. Eher das krasse Gegenteil. Völlig normale Temperaturen. 10 bis 17, vielleicht auch mal 18 Grad. Immer wieder Regenschauer. Und auch der Mittwoch eher durchwachsen. Wechselhaft. Viele Wolken, wenig Sonnenschein. Regenschauer. Tageswerte maximal um die 9 bis 14 Grad. Der weitere Wettertrend. Donnerstag, Freitag, Samstag langsam wieder etwas wärmer. Samstag in einer Woche 16 bis 22 Grad. Zeitweise Sonnenschein. Davor recht wechselhaft. Vor allem Donnerstag nächste Woche meist stark bewölkt. Und zeitweise fällt Regen. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Prognose. Wir schauen nach Norddeutschland bis zum 20. des Monats. Es wird warm in den nächsten Tagen. Über 20 Grad, sagt das europäische Wettermodell und dessen Ensemble-Prognose. Danach kühler, aber eigentlich völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Um die 15, 16, 17 Grad. Und immer wieder ist Regen mit dabei. Das gleiche auch in Westdeutschland. Zunächst sehr warm. Über 20 bis 25 Grad. Danach auch hier um die 10 bis 15, 16 Grad. Immer wieder Regen. Wir schauen nach Ostdeutschland. Hier zunächst sehr sonnig. Trocken vor allen Dingen. Und eben auch warm. Und dann wird sie wieder wechselhafter. Und dazu eben immer wieder der Regen. Und die Temperaturen meist um die 15, 16 Grad. Ein Wintereinbruch. Und später ist hier auch nicht mehr zu erkennen. Und der Süden unseres Landes, der zeigt so 3, 4 Tage stabiles Sommerwetter. Zumindest von den Temperaturen her. 25, 25, 25, teilweise Richtung 30 Grad. Mag er auch mal. Danach etwas frischer um die 15 Grad. Und spätestens ab dem 9.10. des Monats gibt es vermehrt auch wieder Regenschauer und zum Teil kurze Gewitter. Recht ähnlich das Ganze in der Landesmitte. Während dieser sehr warmen Phase bleibt es meist trocken. Ab dem 9.10. April wieder ein paar Niederschläge. Dazu wird es kühler. Temperaturen nach diesem Wärmeintermetze um die 15, 16, 17 Grad. Also sehr spannend. Genießt das schöne sonnige Sommerwetter heute. Auch wenn es nicht überall warm werden wird. Wie gesagt, der Norden hat so ein bisschen das Nachsehen. Aber ansonsten verbreitet die gemessenen Temperaturen über 25 Grad. Vielleicht in der Spitze knapp 30 Grad. Das wird das wärmste 1. April-Wochenende werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Macht was draus. Morgen schon ein paar mehr Wolken, aber immer noch warm. Warm auch noch am Montag, ab Dienstag deutlich kühler. Und dann eben wieder relativ normal temperiert für die aktuelle Jahreszeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.